Musik 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 Dann ansonsten haben wir noch eine Einstellung für den Öl, was jetzt hier ist. Das wäre sozusagen die... Wirklich so ein bisschen mehr... Ja, auf sich, ja. Der geht da auch noch am Arsch da. Kannst du noch einkaufen? Da hinten ist alles... Warum du so spät dran bist. Du bist spät dran. Das heißt, du hast leider noch mal diese... Das habe ich auch noch mal. Das ist schon noch. Danach wollte ich eigentlich trainieren. Niklas ist das eine, das andere ist nicht. Habt ihr dann Prasches gefunden? Ich möchte, dass wir den Backofen für diese 30 Sekunden ausschalten. So was, ja? Ähm... Okay. Wenn ich da auch nicht... Du hast mir auch gesagt, immer. Aber Schatz, der arbeitet doch schon seit 10 Jahren bei euch in Betrieb. Ja. Ja. Tiefer nehmen. Zieh hin und du guckst. Da? Ja, da bist du. Ihr seid jetzt der Schauspieler, aber nicht so gute Fotomodels. Ja. Guck mal, also... Du musst nix machen. Eine ganze Flasche. Das ist mir so tollen Träume. Nein. Hier war ruhig auf dem Dach in der Mitte drauf. Neuen Drehbuch. Aber wenn... Wenn ich schon da so ein ganz so ziemlich Wimpern-Shit schon drin habe, dann ist es schon... ...du eine Flasche. Haben wir hier Tape? Stefan? Der Film. Irgendwo, ja. Den ersten Teil machen von der... Von der... Von Schatz, wie er... Auf die Uhr guckt von vorne, weißt du? Und hier? Ja, das ist alles hier. Was ist denn von der Telefon? Ist denn klar, Daniel? Das ist wahrscheinlich mit deinem Tisch passiert, dass geklaut wurde. Jetzt wird es hier rausverstanden. Du läßt alles wie so ein Mentalist oder so ein Buchstab. Ja, ja, klar. Ja, klar. Das ist wahrscheinlich mit deinem Tisch passiert, dass geklaut wurde. So, hier. Hier, weißt du, weißt du, was du willst? Da fehlt ein Schnur, oder? Stefan, hast du Lust wie da? Verschmacht. Das ist heiß. Nein, das kommt einfach von oben vorbei. Ich komme zum Kiosk, das geht mir gut, danke. Dann muss ich viel den Langen kommen. Ja, okay. Das ist okay. Genau. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ja, okay. Das ist irgendwie so gedacht. Wir müssen natürlich erst im Mittelweg straffen. Wir haben einen Kletzverschluss zu tragen als Kind. Dann habe ich wieder das Ganze... So, ja. WURT AUF! Es tut mir leid! WURT AUF! 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 Vielen Dank.